Kommen nicht Eale in den Himmel? Das Fegefeuer ist doch sowieso eine Erfindung des Mittelalters. Wenn Gott jeden liebt, wieso bestraft er dann die Menschen? Diese und weitere Fragen heute in Kathokast. Was glauben Katholiken? Hallo und grüß Sie miteinander zu Kathokast, dem Podcast, der fragt, was Katholiken eigentlich wirklich glauben. Genau und diese Katholiken, das sind auch wir wie Millionen anderer Menschen und mein Name ist Gerulf und Stefan will uns heute die ganz einfache Erklärung dazu geben, ob alle Menschen in den Himmel kommen. Eine wichtige Frage. Wir möchten also in diesem Podcast einen Blick auf die Zeit der Bewährung richten, also schlussendlich über unser Leben reden und inwiefern diese Zeit entscheidet, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Und wir stellen uns damit auch dem Problem der Prädestination. Ein wirklich schwieriges Wort, Stefan. Wir reden noch, was das bedeutet. Genau, Prädestination bedeutet schlussendlich, dass Gott bereits das Ziel unserer Reise festgelegt hat, bevor wir überhaupt unser Leben auf Erden begonnen haben. Gerulf, warum sind wir überhaupt auf Erden? Ich hoffe, du könntest sie auch beantworten, Stefan, und dass es jetzt eine rein rhetorische Frage war. Aber ich habe gelernt, dass wir auf Erden sind, um schlussendlich einmal in den Himmel kommen zu können. Also, dass diese Zeit auf Erden eine Pilgerfahrt ist, die ein Ziel hat. Und ganz genau, das soll der Himmel dann sein. Genau, so ist es richtig. Also wir sollen Gott erkennen, ihm dienen, ihm lieben und einst in den Himmel kommen. Wie der Katechismus das so schön niederlegt. Also, nun, wenn wir hingegen das Wort Prädestination hören, denken wir wohl instinktiv an diese zweifache, doppelte Prädestination. Und das ist vor allem eine kalvinistisch oder reformierte Lehre, die besagt, dass Gott vorher bestimmt hat, ob diese Kreatur, also dieses bestimmte menschliche Wesen, in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und unser ganzes Handeln ist dann schlussendlich nur noch eine Frage der Herbeiführung dieser Tatsache. Also gleichsam, dieses Ziel kommt unausweichlich auf uns zu. Es gibt, so könnte man sagen, zwei Arten von Menschen, die Menschen für den Himmel und die Menschen für die Hölle. Was eigentlich ein ziemlich dramatisches Bild ist, oder? Weil ich kann nichts dafür tun, ob ich in den Himmel komme oder nicht, oder? Es ist nicht nur dramatisch, sondern die Katholiken denken sicher jetzt gerade, Gott sei Dank glauben wir nicht an die Prädestination. Aber hier ist die Sache. Auch wir Katholiken glauben an eine Prädestination, aber es ist eine andere Art. Jetzt, wo wir in der Mal, wir haben noch gerade gesagt, dass wir nicht an die Prädestination glauben, oder? Da müsst ihr jetzt weiterhören, um das herauszufinden. Denn da ist noch etwas Zweites. Also sprich. Also oft schwingt in dieser Frage, auch in der Grundfrage unseres Podcasts, ob nämlich alle in den Himmel kommen, auch immer so ein bisschen ein stiller Vorwurf mit. Denn wenn unser Ziel nach diesem Leben hier auf Erden auf eine, wie auch immer geartete Weise vorherbestimmt ist, dann ist es schlicht ungerecht, wenn nicht alle in den Himmel kommen. Unsere Vorstellung von einerseits einer ewigen Glückseligkeit bei Gott und einerseits einer vollständigen Trennung von Gott, die wirklich nicht schön ist, das ist schlicht ungerecht. Und darum auch abzulehnen. Zu verstecken, hinter einem Schwall von süß klingenden Worten oder zumindest einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Aber das machen wir in diesem Podcast nicht. Im Gegenteil. Und zwar habe ich kürzlich ein spannendes Video gesehen. Und darin kam genau dieses Problem zur Sprache. Da war ein Mann und der hat gesagt, auf der einen Seite sei da die Botschaft des Evangeliums, also dass Jesus Christus zu uns gekommen ist, damit wir eben das ewige Leben haben können, dass er uns seinen Heiligen Geist gesandt hat, damit wir eben diese Begegnung mit Gott haben können und dass wir tatsächlich in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Und er sei auch zufälligerweise katholisch erzogen worden. Aber dann sagt er, er kenne auch eine Menge von Leuten, die ihr Leben so leben, dass wohl die Kirche, die Bibel, ja das ganze Christentum sagen würde, dass sie verloren sind, weil sie Entscheidungen treffen, welche sie in die Hölle und nicht in den Himmel führen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Als ehemaliger Soldat wisse er, dass man seinen Bruder nicht zurücklässt. Man lässt seinen Kameraden auf dem Feld nicht zurück. Und darum wisse er gar nicht, ob er überhaupt noch in den Himmel kommen wolle, wenn nicht jeder dort sein kann. Es ist schon spannend, wenn man diese Geschichte hört. Ich meine, im ersten Moment erkennt man doch einen edlen Sinn. Wenn sein Kamerad nicht in den Himmel kommen kann, dann möchte er auch nicht in den Himmel kommen. Also warum soll ich die selige Gottesschau, also die ewige Freude, im Himmel erleben dürfen, wenn nicht alle Menschen dort diese Glückseligkeit, den Frieden, die Liebe, den Segen und einfach das Glücklichsein im Himmel erleben dürfen, oder? Genau darum habe ich dieses Video eben auch ausgewählt für diesen Podcast, weil genau das fand ich auch spannend. Es scheint hier die Sorge um die Menschen die Wurzel zu sein zu einer Überlegung. Aber wir müssen uns fragen, was ist hier das Problem? Was fehlt? Einige Richtigstellungen zuerst, damit wir dann gut darüber nachdenken können, denn das ist ja auch ein Ziel unseres Podcasts, dass wir euch ein bisschen die Prinzipien zeigen, damit ihr dann selber auch Antworten auf Fragen findet, die wir vielleicht in diesem Podcast nicht behandelt haben. Also zuerst, die Kirche hat noch nie jemand feierlich oder sehr unfeierlich verdammt. Ja, aber das Gegenteil haben sie gemacht. Genau, das Gegenteil haben sie gemacht. Es gibt nämlich Heilige. Die Kirche sagt über gewisse Personen, dass sie mit Sicherheit sagen kann, dass sie bereits im Himmel sind. Aber es gibt niemanden, über den die Kirche eben in dieser feierlichen Form gesagt hat, dass dieser oder jene definitiv in der Hölle schmort. Und ja, Jesus selber warnt uns bereits, verurteile niemanden, damit nicht auch du, damit verurteilt wirst. Denn wir kennen nicht die Realitäten des Herzens, wir kennen nicht die Geheimnisse des Herzens unseres Gegenübers. Wir können wohl Entscheidungen beurteilen und darüber auch eine Aussage, ob das moralisch gut oder schlecht, ob es in Einheit mit dem Glauben ist oder nicht, treffen. Aber wir können niemals das Herz eines anderen Menschen beurteilen. Das kann nur Gott. Die zweite Richtigstellung, die wir hier anbringen müssen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist also nicht so, wie wir eben oben gehört haben, dass bestimmte Menschen einfach nur für die Hölle geschaffen sind. Das ist eine verurteilte Irrlehre, also eine Heresie. Etwas, mit dem sich die Kirche beschäftigt hat und feierlich ablehnt, so dass eben alle, die zur Kirche gehören, das auch mit ablehnen müssen. Unser Glaube ist vielmehr das, was der heilige Paulus an Timotheus schrieb, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis und zum Heil kommen, zur Erlösung. Wir glauben also, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erlösung kommen. Er macht sich für jeden zugänglich, auf eine Weise, die nur Gott alleine bekannt ist. Aber schaut vielleicht in dieser Zeit einmal auf ein Kreuz. Denkt an die Allmacht Gottes und seine Herrlichkeit und wie verletzlich er sich gemacht hat für dich. Das konnte schlussendlich nur die grösste Liebe und die grösste Macht, sich so verletzlich machen, sich so vollkommen zu verschenken. Und denkt einmal an einen Juden in dieser Zeit, ob er damit gerechnet hat. Also die Wege Gottes sind oft wirklich geheimnisvoll. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo es wahrscheinlich, Stefan, gar nicht so blöd wäre, nochmal darüber nachzudenken, was der Mensch und wer Gott eigentlich ist, oder? Genau, die wichtigen Grundprinzipien für diese Frage. Gott ist Gott und er erschafft den Menschen. Das bedeutet, wir sind vollkommen und komplett auf Gott angewiesen. Wir dürfen uns vollkommen auf ihn verlassen, aber es ist eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir unabhängig von Gott sein könnten. Unser ganzes Sein, unser ganzes Handeln und auch die Erhaltung unseres Seins und unseres Handelns kommt schlussendlich nur von Gott. Und ein Ort, wo wir das gut beobachten können, ist schlussendlich die Schöpfung. Denken wir nur an das Gleichnis mit den Vögeln und den Lilien, das Jesus uns im Evangelium gibt. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und doch ernährt sie der himmlische Vater. Genau, und die Lilien sind hübscher gekleidet als selbst Salomon oder unsere Sultane. Nun das zweite Prinzip, Gott und die Gnade. Gott ist nämlich nicht nur in der Schöpfung gegenwärtig, sondern vor allem durch die Gnade. Durch die Gnade so, dass er gleichsam durch dieses Leben der Gnade in uns wohnt wie in einem Tempel. Durch die Gnade, so können wir sagen, haben wir Anteil an seinem göttlichen Leben. Die Gnade ist also der Weg, auf dem Gott unsere Natur heilt und vervollkommt. Wir sind nach dem Bild und dem Gleichnis Gottes geschaffen, so dass wir durch die Gnade Gott kennenlernen, wie er sich selbst kennt und liebt. Also wir könnten sagen, in übertragener Weise, gleichsam mit Gottes eigenem Wissen und seiner eigenen Liebe lernen wir ihn kennen und lieben. Stefan, wir haben jetzt über Verdammung, über Heiligssprechung, über Gottes Willen gesprochen und auch wer Gott ist. Aber lass uns doch einmal jetzt darüber reden, wie ich in diesem Plan, in diese Vorherbestimmung, in diese richtig verstandene Vorherbestimmung reinpasse. Typischerweise beschreiben wir dies als Vorsehung. Vorsehung, so würde ich sagen, bedeutet in der Tat, dass Gott eine Vorstellung hat und in dieser Vorstellung kennt er all die verschiedenen Wege, auf denen die Geschöpfe an ihm, an seinem göttlichen Leben teilhaben können. Er kennt auch alle kausalen Wechselwirkungen zwischen diesen Dingen, sowohl potenziell als auch tatsächlich. Das heißt, er weiß sowohl das, was rein möglich ist, als auch das, was wirklich ist. Und das in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder auch in der Zukunft. Also Gott sieht alles, weiß alles, hört alles und das schon längst im Voraus. Kann man das so sagen, Stefan? Das kann man so sagen. Gut. Also das heißt, Gottes Vorsehung umfasst die ganze Schöpfung. Also es gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, keinen Teil der Schöpfung, der außerhalb dieser Vorsehung fällt. Und jetzt wissen wir, es gibt nicht nur tolle und schöne Dinge und Menschen auf der Erde, sondern auch zum Beispiel den Teufel. Was ist denn mit ihm? Zum Beispiel den Teufel. Das ist so ziemlich das Extrem. Genau. Sogar der Teufel befindet sich innerhalb der Grenzen der göttlichen Vorsehung. Wir sehen das zum Beispiel bei Matthäus im 13. Kapitel, wo Jesus dieses Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut erzählt. Also auch die bösen Dinge, die in Gottes Plan geschehen, geschehen mit seiner Erlaubnis. Und so, wir können sagen, durch seine Vorsehung bringt er all diese Sachen zurück zur Herrlichkeit Gottes und zur Rettung der Seelen. Zum Beispiel die menschliche Sünde durch die Erkenntnis seiner Barmherzigkeit, vielleicht die neue Beichte. Aber auch, indem der Mensch ab und zu die Folgen seiner Sünde spürt, Bestrafung, auch das sehen wir im ganzen Alten Testament am Volke Israel. Wichtig, das denke ich, ist ganz wichtig für unsere Zeit, der nervösen Ängste und Sorgen, da zähle ich mich sehr gerne dazu, wenn man ein bisschen zu viel auf Twitter oder so unterwegs gewesen ist. Jeden Tag finden wir so viele Gründe, uns zu sorgen. Wirkliche oder einfach nur welche, die wir irgendwo gelesen haben. Hier müssen wir uns daran erinnern, und da hilft uns eben dieses Prinzip der Vorsehung. Gott ist der Herr über Raum und Zeit. Und sein Wille, uns zu retten, endet er niemals. Das beten wir übrigens, alle die, die dazu verpflichtet oder eingeladen sind, das priviert zu beten, sehr oft in dem Psalm. Gott ändert sein Wille nicht. Und dieser Wille ist, uns zu retten. Also gerade in den Sorgen, einen Akt des Glaubens zu setzen, ein Akt der Hoffnung, ein Akt der Liebe, und so in der Beziehung zu Gott zu wachsen, kann gerade in heutigen Zeiten sehr wichtig sein. Und ich denke, es ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man sagt oder man sehen kann, dass tatsächlich genau die Situation, in der ich mich befinde, auch die Situation ist, die Gott jetzt, hick et nunc, zu meinem Heil möchte. Er weiß genau, warum ich da reingekommen bin und weiß auch ganz genau, wie ich da wieder rauskomme. Und ich soll am Möglichsten tun, dass ich gut und gestärkt aus dieser Situation herauskommen kann. Mein Ausbildner beim Bundesherd mal gesagt, das klingt jetzt ein bisschen salopp auf das bezogen, auch wenn man gerade etwas Schweres durchmacht, aber was einen nicht umdringt, macht einen nur härter. Das hat er, glaube ich, nicht ganz selber erfunden, aber eine gern gedroschene Phrase ist das allemal. Ja, Stefan, kriege ich einmal bei minus 20 Grad irgendwo am Feld herum. Mache ich sehr gerne. Nein, also wir gehen zurück, aber was darin hervortritt, ist ganz spannend. Und das ist so ein bisschen das letzte Prinzip, was wir anschauen müssen. Gott erschafft nämlich notwendige Dinge und dann können wir sagen, zufällige oder freie Dinge. Und gerade auf das angesprochen, was du gesagt hast, Gerolf, wir können menschlich sagen, dass Gott irgendwie sehen will, nicht in dem Sinn, dass er eben überrascht wird, das nicht, das haben wir schon ausgeschlossen, sondern in dem Sinn, dass er uns diese besondere Natur anvertraut hat, damit wir gleichsam die Details selber ausarbeiten können. Dann sind wir jetzt, Stefan, hoffentlich an dem Punkt angelangt, um die Prädestination, an die wir uns schon angenähert haben, etwas genauer zu beschreiben, oder? Genau, aber das war wichtig, weil wenn man das verkürzt macht, dann endet man eben bei ziemlich falschen Verständnissen der Prädestination. Prädestination, kurz gesagt, ist also die Teilnahme eines freien Geschöpfes, und das ist der Mensch, am Plan der Vorsehung. Das ist die Prädestination. Obwohl Gott jeden Menschen für den Himmel schafft und nichts Gottes Willen verhindern kann, kann der Mensch sein Ziel, also das Ziel der Prädestination, dem widerstehen oder es eben verfehlen. Und das ist ein Teil dieses Planes, können wir sagen, der wirklich kompliziert ist. Und ich werde es hierbei belassen, denn ich möchte niemanden verwirren, indem ich es schlecht erkläre, aber ich möchte auch gar nicht versuchen, es übermässig zu erklären, denn im Grunde ist das etwas zutiefst Geheimnisvolles und wird es auch immer bleiben. Aber Folgendes ist klar, wenn jemand in den Himmel kommt, kommt er durch Gottes vorherbestimmende Gnade, also prädestinative Gnade, in den Himmel. Und die ist von Gott an jeden Menschen geschenkt? An jeden Einzelnen. Wenn jemand in die Hölle kommt, ist es durch seine persönliche Entscheidung gegen Gottes Gnade. Man kommt also nicht automatisch oder zufällig in die Hölle. Menschlich gesprochen könnte man dann sagen, Gott bestätigt eigentlich dann diese Bestrafung der Seele in der Hölle nur, aber da werden wir dann in einer späteren Katechese mehr darüber hören. Jetzt reden wir viel davon, dass Gott Gnade schenkt und dass Gott auch Gnade in ausreichendem und überreichendem Maß schenkt, aber wie schaut denn das ganz konkret aus? Konkret schaut es so aus. Gott wird jeder Seele zumindest die ausreichende Gnade schenken, um den nächsten Schritt zu tun, auf ihn zu natürlich. Was meine ich damit? Er schenkt vielleicht eine erste Gnade. Zum Beispiel, dass ich mich mit meiner Situation an Gott wende. Wie viele Lebensbeschreibungen von Heiligen habe ich gelesen, die genauso anfangen, dass er einfach einmal oder sie einfach einmal zu Gott ruft. Und dann beginnt es. Wir können das ein bisschen vergleichen mit einer Gänseblümchen-Kette. Geruf, weißt du, was das ist? Ich weiß, was ein Gänseblümchen ist, ich weiß, was eine Kette ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genau das ist, was meine Schwester, meine Siblingsschwester mit mir im Kindergarten mal gemacht hat. So ein Kränzchen. Genau, wahrscheinlich genau das. Denn ich bin auf dem Land aufgewachsen, da haben wir das öfters gemacht. Auch zum Teil, Jungs, ich gebe es zu. Es gibt davon ein lustiges Bild von mir. Nun, wir gehen zurück. Ich habe gesagt, Gott schenkt jedem die Gnade, die notwendige Gnade. Und Gott knüpft auf diese Gnade wie in eben so eine Gänseblümchen-Kette. Er gibt zum Beispiel die Gnade, dass ich in eine Kirche gehen will. Dann schenkt er eine nächste Gnade, dass ich in der Kirchenbank sitzen bleibe. Er schenkt mir vielleicht eine nächste Gnade, die Predigt anzuhören, die gleich gehalten wird. Dann schenkt er mir eine nächste Gnade, dass ich vielleicht provoziert werde von dem, was der da vorne sagt und anfange, mehr über den katholischen Glauben zu wissen, zu erforschen. Dann schenkt er vielleicht die Gnade, dass ich dieses tolle Buch des Katechismus hervornehme und darin lese oder diesen Podcast höre. Und dann gibt er uns vielleicht irgendwann die Gnade, den Wunsch zu haben, dass ich mich taufen lasse. Also, Gottes Gnade, so können wir sagen, ist wie so eine Gänseblümchenkette, die ineinander gekettet ist. Die erste Gnade ist noch nicht die letzte gewesen. Aber Gott bietet uns ständig die Gnade an und kettet sie so gleichsam zusammen. Diese Kette endet erst im Himmel. Das ist ein wirklich schönes Bild, Stefan. Und ich denke, das ist auch oft die Frage, was in den Gedanken der Soldaten am Anfang der Katechese, wie wir es besprochen haben, gefehlt hat. Ich meine, denn er würde sagen, also ich denke, er würde von sich aus sagen, dass er die Menschen mehr liebt als Gott, weil er für alle das Gleiche möchte. Das war genau seine Sache. Er hat gesagt, ja gut, Gott liebt sie offensichtlich nicht so sehr, dass alle in den Himmel kommen, aber ich habe sie so gerne, dass ich dann selber auch gar nicht in den Himmel kommen will. Aber das ist so falsch, wie es eigentlich nur falsch sein kann. Nein, Gott kam in diese Welt und gerade befinden wir uns ja in den Tagen nach diesem grossen Fest und bald beginnt auch die Vorbereitungszeit auf Ostern und er hat uns ein Licht gebracht. Nämlich ein Licht, um die Menschen eben aus dieser Dunkelheit dieser Fragen hinauszuziehen und er hat offenbart, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. So lesen wir es bei Johannes, sondern dass sie eben das ewige Leben haben. Und dieses Licht ist, dass jeder Mensch unabhängig davon, was vielleicht deine Versuchungen sind, unabhängig davon, was deine Kämpfe sind, unabhängig davon, was deine Sünden sind, von Gott ist jeder einzelne Mensch gewollt und zu einem Glück bestimmt, welches wir nicht beschreiben können. Nicht, weil uns die Zeit fehlt, sondern weil uns schlicht die Worte dafür fehlen. Aber wir müssen uns für ihn entscheiden. Und es ist nicht wirklich edler zu sagen, ich bin gerechter als Gott, ich bin liebevoller als Gott, denn bei mir würden alle in den Himmel kommen. Also, ich habe mich jetzt ganz bewusst für ihn entschieden, aber muss ich jetzt auf der Schule, auf der Arbeit, auf der Universität auf die Tische steigen, ganz dramatisch mich in Szene setzen und so wie die Apostel am Pfingsttag anfangen, in fremden Sprachen zu predigen und das Evangelium zu verkünden, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas? Wie ein Latino-Franziskaner aus der Bronx in New York auf dem Ersten Weltjugendtag, an dem ich war, gesagt hat, don't be strange, don't be cringe. Gott ist Liebe. Und jedes Mal, wenn wir die Liebe wählen und bereit sind, das Wohle des Anderen zu wählen, entscheiden wir uns für ihn. Aber, und das ist eben auch ein Zeichen des Wohlwollens, wenn ich meine Freunde wirklich liebe, werde ich nicht jede Entscheidung gutheissen, die sie treffen. Ich werde nicht jede Entscheidung abfeiern, die sie treffen. Vielleicht korrigiere ich sie sogar für die ein oder andere Entscheidung, die sie treffen. Denn nicht jede Entscheidung führt zur Liebe und nicht jede Entscheidung führt zum Leben. Nicht jede Entscheidung führt zu Gott. Aber wir sollten uns keinen falschen Stress machen hier und keinen falschen Druck. Denn jeder von uns, unabhängig von unseren Kämpfen, unseren Schwächen, Fehltreten, unserem Versagen, wie wir es schon oft gesagt haben, jeder von uns hat die Kraft, jetzt in dem Moment Christus zu erkennen, sich für Gott zu entscheiden. Sprich, die Fähigkeit, den Himmel zu wählen. Und das schenkt Gott jedem Menschen. Wir können da nicht ein Problem dafür darstellen, dass dann jemand eben das nicht schafft. Gott schenkt es jedem, aber ab und zu sind wir auch ein Instrument. Und der Beginn von alledem ist, und das möchte ich gern diesem Soldaten sagen, er wird mich natürlich nicht hören, auch weil ich in der falschen Sprache rede, aber ihr, die er uns zuhört, der Beginn von alledem und die Antwort auf das, was er gesagt hat, ist, dass wir die Wahrheit erkennen, Gott, du liebst mich mehr, als ich mich jemals lieben könnte. Und du liebst sie oder ihn mehr, als ich sie je lieben könnte. Und weil du sie liebst, werde ich dir vertrauen. Und wenn ihr ein Instrument des Liegen Gottes sein wollt und ein Teil der Gnaden, die er auf eure Freunde oder Familie oder sonstige Leute austeilen möchte, dann abonniert doch mal diesen Kanal, Spotify, YouTube, wie auch immer, wo ihr uns gerade hört, kommentiert und teilt es vor allem mit euren Freunden. Im WhatsApp-Status macht sich das übrigens ziemlich gut, wenn da ein Stefan aus eurem Bild herauslächelt. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch zu Stefan, zu seinem Bild, oder auch zu Prädestination, dann könnt ihr uns gerne schreiben an podcast at petersbruderschaft.org oder über unseren Telegram-Kanal. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, die Schätze, die ganzen Wahrheiten, die wir euch da jetzt mitteilen, an die Menschen weiterzutragen, die sie sonst nicht kennenlernen würden, die also sonst nicht den Katechismus zur Hand nehmen würden, weil das doch ein ziemlich dickes Buch ist. Also, habe ich was vergessen, Stefan? Das ist alles nur, es gibt auch ein Logo von unserem Podcast, macht lieber das rein. Okay, gut. Da macht statt Stefans Visage einfach das Podcast-Logo. Also dann, alles Gute und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.